Euter sind gut zu erkennen, bei der Kuh, mal bei der Kuh, Adi. Die meisten Schauer-Pierlinien, die Wideräuter, die so viel Richtigkeit den Leuten und einen straffen Fundament in einer guten Besselung und die Katalog Nummer 35 ist direkt vor mir. Sie sind sehr gut gelungen bei den Kühen. Die Kühe sind in unterschiedlichem Alter und Laktationsstadium. Ich darf heute bestens präsentieren. Ich gratuliere allen Ausstellern dieser Gruppe von Herzen. Bitte noch einmal meinen großen Applaus.